Jawohl, und da ist er wieder, der Wochenrückblick von Motorrad-Online.de. Einmal die Woche ein Überblick der interessantesten Motorrad-Themen. Und wir fangen an. Die Ängste der Supersport-Gemeinde scheinen bestätigt. Mehrere Meldungen aus der ganzen Welt flatterten diese Woche ins Haus. Suzuki scheint den Verkauf der Tausender-Gixer in Europa ab nächstem Jahr einzustellen. Die aktuelle Tausender hat bisher keine Euro 5 bekommen und kann daher in dieser Form ab 2023 nicht mehr neu zugelassen werden. Allerdings, in Japan ist die Gixer nach der deutigen Norm HiSai 26 homologiert und die entspricht weitestgehend der Euro 5. Es liegt also wohl rein an den Kosten für die Normen, die Suzuki nicht aufwenden möchte. Schade, eine Ära und dafür spricht derzeit vieles, geht wohl zu Ende. Eigner, Halter und Fahrer einer BMW R1200 und oder R1250 GS werden beim nächsten Werkstatttermin beim BMW-Dieter des Herzens wohl etwas mehr Zeit einplanen müssen, denn der Kardan-Tunnel bekommt eine Entlüftung, die das Kondenswasser abführt. Die Aktion umfasst einen Check der Lager sowie die Montage eines sogenannten Schnabel-Weltins im unteren Bereich des Tunnels am Übergang zum Winkelgetriebe. Die Harley-Davidson Panamerica im Dauertest vom Motorrad. 10.000 von ihren 50.000 hat sie schon absolviert. Probleme? Wenige. Verbrauch? Wenig. Neue Reifen für mehr Handling sind draufgekommen und eine höhere Scheibe für mehr Windschutz ist montiert und im Video erzählt uns Kollege Len Venus von seinen 5000 Kilometern durch Irland auf der Panam. Noch einmal Suzuki. In Japan bieten die Kollegen einen Konfigurator für die Hayabusa an und mit mannigfaltigen Farbvariationen für das nächste Modelljahr. Mit 21 Farben kann in Summe gespielt werden, was zusammen, wir haben schnell gerechnet, 9.261 verschiedene Farbkombinationen für die Haya gibt. Kostet in Japan umgerechnet 450 Euro. Ob es nach Europa kommt, weiß man noch nicht. Zum Abschluss noch was Altes, also was ganz Altes. In den USA steht eine sehr seltene BMW R42 zum Verkauf. Die stammt von 1928, ist extrem gut gepflegt und, wie wir alle wissen, die Nachfolgerin der allerersten BMW, der R32. Preis weiß man jetzt noch nicht ganz genau. In den USA gehen entsprechende Modelle für so gut 100.000 Dollar weg. In Europa kostet eine R42, je nach Zustand, irgendwo so zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Das war auch schon wieder der Wochenblick von Motorradonline.de und immer daran denken, das eigene Kurveninnere ist in der Hälfte aller Fälle das Kurvenäußere eines anderen. Passt auf euch auf, au revoir und ciao.